Jetzt natürlich wieder, durch den Schaden, bekommen wir natürlich wieder ein paar Sachen. Hier, das mach ich mal kaputt. Sehr gut. Red Patch, auch nicht schlecht. Ich schau gleich nochmal, okay, kann ich jetzt in der Wiki, was Red Patch nochmal bringt? Ich glaube, es gibt uns, wenn wir getroffen werden, ein Verteilschaden oder sowas, oder? Red Patch können wir hier nicht lesen, oder was? Ach, schon wieder hier unterteilt, okay. Schauen wir mal, was ich hier mache. Red Patch. Ja, genau, was ich genau gesagt habe. Also, wenn wir getroffen werden, können wir Schaden verteilen? Ne, da bleibe ich lieber bei Charles Hart. Und das, hier, das Eternal Heart lasse ich auch erstmal liegen. Der Death Swan. Ja, okay, dann dürften wir uns zuerst um den Boss kümmern. Und, oder? Ja, in the Depths 2 ist doch Marm. Aber ich bin gerade total verwirrt. Ich hätte mal am Anfang wieder gucken müssen, wo wir denn gerade sind. Ich meine, in the Depths 2 würde Marm lauern. Das heißt, wir können uns erst um den Boss kümmern und dann das Eternal Heart sammeln. Und wenn nicht, dann tut es mir leid. Dann habe ich halt mal kein HP ab. Das weiß ich gerade nicht mehr. Ich bin gerade mit den Ebenen, bin ich gerade total verwirrt. Goat Hoof ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich will wirklich bei mehr Leben bleiben. Ach ne, für das mache ich das nicht. Gut, die Bombe haben wir wieder aufgeladen. Da haben wir das Eternal Heart. Richtig, genau, genau. Oh je, was hier auch für Gegner wieder rumfliegen. Ey, das ist... Ja, genau. Diese Hüpfhosen da wieder. Da kriege ich ja jetzt schon wieder einen Hass auf sie. Oh, und was haben wir da für eine Karte? Hüpf, Two of Hearts. Das ist natürlich auch wieder nicht schlecht. Kann die Hose mal kaputt gehen hier? Geht doch. Darüber können wir natürlich gar nicht, außer wir können fliegen. Fistula, ach Gottchen. Mit Bomben fliegen ist auch gar nicht so schlecht, weil dann natürlich die angrenzenden Fistulas auch gleich noch mitgetroffen werden. Wenn man es richtig anstellt, so wie ich jetzt. Noch weitere Bomben. Da wollte ich eigentlich gar nicht rein, aber können wir jetzt auch mal reinschauen. Oh, die Karte. Die nehme ich doch sehr gerne an mich. Aber da brauchen wir ja noch ein paar mehr Münzen. Äh, was kommst du hier lang? Was soll das denn? Ich glaube, ich folge dem mal. Oh, 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 oh. Das war echt knapp. Na, kommen wir hier lang. Sehr gut. Ja, können wir eigentlich mal freibomben. Ich meine, der Schlüssel, den wir dafür brauchen, liegt direkt daneben. The World. Machen wir mal. Ah ja. Und da sind wir auch schon, wo der Geheimraum ist. Da gehe ich doch auch direkt mal hin. Oder waren wir da schon drin? Nee, da waren wir noch nicht drin. Zack. Ich könnte natürlich auch eigentlich auch Mr. Boom einsetzen. Äh. 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 Ich, ich warte noch. Ich warte noch und eventuell mache ich es dann kaputt, um im Shop vielleicht die Karte kaufen zu können. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das denke, dass ich da auch wieder Geld rausbekomme. Das wäre natürlich super. So. Da habe ich schon wieder ein bisschen ein paar Herzen verloren. Ich weiß auch gar nicht, wie schnell sich Mr. Boom auflädt. Das müssen wir auch noch mal gleich gucken. Wenn ich es irgendwo in einem Raum einsetze, wo es eher nützlich ist. Wupp. Einmal ausweichen. Ah, da hat er mich wieder getroffen, die Sau. Stirb. Ein weiterer Schlüssel. Two of Hearts. Könnten wir natürlich einsetzen. Hm. Vielleicht, wenn es gefährlich wird. Zwölf Münzen haben wir ja schon mal. Die Fliegen dürften mir ja eigentlich gar nichts tun. Weil ich ja den Kackhaufen auf dem Kopf habe. So, jetzt setzt es definitiv ein, bevor mir was passiert. Das war gerade sehr, sehr, sehr gefährlich. Oh mein Gott. Äh, was haben wir denn noch so? Für Karten, Red Patch und da oben links. Was war da denn? Ah ja, genau. Goat Hoof. Ich erinnere mich, ja. Gehen wir mal hier weiter. Auch ein sehr doofer Raum eigentlich. Wenn man nicht genau weiß, wo die hier lang gehen. Soulheart. Nehme ich mit. Muss ich mitnehmen, weil ich hier weiter will. Oh Mann. Wieder diese Hüpfhosen. Ach Gott, 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 Gott. Okay, die sind schon mal weg. Jetzt die Fliegen. Oh, alles klar. Explodier, explodier, explodier. Sehr gut. 13 Münzen. 13 Münzen. Es wird immer knapper. Wir kommen dem Ziel immer näher. Komm schon, da muss mehr drin sein. Oh, hier könnte ich natürlich mal einsetzen. Wenn die mal da reinlaufen würden. Nein. So. Sehr gut. Von oben drauf. Von der Seite drauf. Oh, oh. Das wird, das wird. Das ist immer sehr knapp gerade. Nein. Nicht herkommen. Nicht herkommen. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja. Und nochmal. Ja. Das war doof. Und das war's. Noch eine Bombe. Noch mehr Geld. Noch eine Münze. Noch eine kleine Münze. Fehlt uns. Ich hoffe wirklich, dass wir die aus dem Automaten kriegen, wenn wir die hier jetzt nicht bekommen. Das wäre schon echt klasse. Oh Gott, oh Gott. Treffe ich überhaupt mal was? Ich treffe immer mal so per Zufall irgendwen. Habe ich das Gefühl. Ja, so wird das doch. Ja, genau. Schön auf die Köpfe drauf. Die People könnte ja auch mal was Gescheites machen. Aber zumindest ein sehr offener Raum. Jawoll. Genau passend. Und wir haben sogar noch volles Leben. Ach, wie schön. Doch, ich glaube, heute könnte das durchaus mal klappen. Die Challenge könnte durchaus mal machbar sein. Ab in den Shop auf jeden Fall. Die Karte nehmen wir mit. Die Frage ist, soll ich, soll ich jetzt ein Risiko... Naja. Ich glaube, ich nehme das Eternal Heart mal mit. Zum Boss. Nicht, dass ich dann hier doch noch... Es wird ja geschützt von einem Seelenherz. Aber ich will hier jetzt kein Risiko eingehen, dass hier noch schon Marm ist. Ich bin gerade total verwirrt, was die Ebenen angeht. Ich glaube eigentlich, dass es hier noch nicht Marm ist. Aber ich könnte mich natürlich auch irren. Und dann... Nee, okay. Hätte mich nicht geirrt, aber... Ja gut, das wird schon... Ich meine, Monstro wird schon klappen. Ja, natürlich bringt der genau dann, wenn ich hier die Bombe legen will. Jetzt müssen wir so gegen ihn ankommen. Ah, okay. Ich lasse das mal mit den Bomben. Nicht, dass ich noch alle verbrate. Schubst die immer sehr schön weg. Ein Schlauer... Ach, verdammt. Ein Schlauer... Ach, wir verlieren sogar ein Herz. Das ist... Das ist sehr kacke. Das ist sehr kacke. Ja, nochmal... Treffen darf ich... Mähchen nicht... Boah. Lassen. Nein! Nein! Da ist es weg. Da ist es weg. Scheiße, verdammte. Ach, Mist. No. Na, hätte ich es bloß liegen lassen. Aber ich war mir so unsicher. Und dann hättet ihr wahrscheinlich wieder gemotzt, wenn ich es vergessen hätte. Ach, Mist. So. Fertig aus. Ja, leider kann HP ab. Und hier kommen wir auch nur lächerliche Items. Range ab. Ich meine, was brauche ich denn Range hier? Ich brauche Damage oder... Health. Ich brauche Heilung. So, hier müsst ihr jetzt mal warten. Necropolis. Oh je. Oh je. Das wird spannend. Es wird sehr spannend. Wir haben immer noch... Immer nur... Immer noch nur... Genau. Immer noch nur... Drei Herzchen. Alter, was ist das denn? Oh Gott. Was ist hier denn los? Hier oben könnte aber durchaus ein Geheimraum sein. Komm, schieß mal ab. Auf, meine ich. Na gut, daneben nicht. Ah, gar nichts. Aber da links unten. Hier unten, da... Könnte doch was sein. Ich verliere gerade so die Hoffnung, dass es doch noch was Gescheites wird. Am Anfang war ich ja recht zuversichtlich, aber... Jetzt? Ich weiß ja nicht. Erstmal die Schlüssel verdoppen. Schlüssel verdoppen oder die Bomben. Weiß ich. Ich glaube die Bomben oder Schlüssel. Bomben, Schlüssel. Ah, ich weiß nicht. Oh. Dem Shop wartet schon mal einiges auf uns. Aber ich weiß nicht, ob wir davon was abkriegen. Habe ich jetzt hier unten schon gebombt? Ja, habe ich. Okay. Könnte ich natürlich hier nochmal oben versuchen. Aber ich glaube, da ging ja eben schon was hin. Das heißt, hier ist es eher nicht. Da ist ja ein Geheimraum. Da gibt es ja noch den geheimen Geheimraum. Den zweiten. Ein paar Münzen. Okay, sieben. Wir brauchen aber immer noch mehr, um ein paar Sachen in den Shop zu kriegen. Und wo ist der Boss, frage ich mich. Wo ist der Boss? Könnte ja eigentlich irgendwie überall sein. Und das macht es nicht gerade viel einfacher. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Stopp. Halt. Stopp. So. Ja, ein Herz. Schade. Ist mal wieder sehr knapp. Aber diese Ebene ist auch riesig. Und die Gegner nicht gerade leicht. Außer der hier vielleicht. Doof, 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 doof. Okay, so. Eine Bombe. Oh Gott. Ja. Ja. Nee. Also bei diesem Raum überleben. Boah. Mit einem Herz. Ich glaube nicht. Oh Mann. Aber. Mal wieder sehr weit gekommen. Trotz vielen Unglückes. Und anfänglich. Oh. Mit den drei blauen Steilen. Hätte ich die gehabt hier. So drei Seelenherzen gleich am Anfang noch. Das wäre schon klasse gewesen. Aber leider hatten wir keine Bomben. Naja. Passiert. Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Ciao.